Oh, 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 oh. 5. Juni. Was ist mit diesem alten Geyser? Oh, ist er schreit? Ich habe Kriben, die von einem Artistisch nicht verletzt haben. Oh, oh, jetzt kommt alles raus. Wichtig, ich habe... ...zumachen Arbeit. Ich habe... ...es... 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 ...Kauntries-Art-Welt und... ...hier... ...Sayori! Wie könnte ich... ...möglichen... ...zumachen... ...zu... ...zu... ...um... ...und... ...der hat so viele Leute, vor allem ausgenutzt... und tatsächlich auch quasi nun tut die mich weiss nicht auf wenn ihr sich einigen davon selbst umgebracht haben und auf die straße getrieben Kamoshine der hat auch die Leute bitten ausgenutzt und ich weiß nicht wie sehr sexuell mit denen immer wird war aber er hat da auch jemanden selbst mit ich glaube er hat noch mal eine Schippe draufgepackt die Skröne weht ihm mal und das war von der Urgen-Apologie-Konferenz von Madarame die stattfindet ein Moment ago oh okay ja ein Polizeikrankenhaus ok die initiale Psyche-Evaluation sagt, dass er mental kund und sicherlich für seine Aktionen ist es gibt keine Chance, dass ein altes Geyser so sein wird warum hat er die Beine selbst gespillt? das scheint nicht weirr auch ein Grupp, die sich selbst die Phantom-Themes postet eine dummste Noten bei Madarames Exhibit aha das ist interessant dass das jetzt hier mit äh 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 zusammenhang gebracht wird weil vor allem ähm macht das jetzt sehr aufmerksam vor seinem Geys die Polizei wird ihre Relation zu diesem Fall aber für heute sie nicht identifizieren als Suspekt Phantom-Thiebe? haben diese Banditse etwas zu tun mit dem alten Geyser-Apologie? Oh, ich habe schon gehört von ihnen zuvor sie zuvor sie zuvor sie zuvor sie zuvor das ist weshalb die schädigte schädigte warte was? schädigte schädigte das ist unmöglich aber ich fühle wie ich etwas über das online auch sie schädigte eine karte für real oh so es war wie wir gehen zu deinen heart oh das ist Impressiv wenn jemand wirklich das Phantom-Thiebe Phantom-Thiebe wieder Phantom-Thiebe und Makoto ist auch da und Makoto ihre Augen sind so braun dass sie schon fast irgendwie rot leuchten habe ich das Gefühl es gibt aber solche ähm braun Augen die so es gibt aber solche braun Augen die so braun Augen oh ja das ist gibt uns so viel Publicity Mann das wird starten interessant wenn wir es richtig machen können können wir Menschenrechte mit dieser Kraft können wir vielleicht mehr machen können als nur die Gesellschaft zurückkommen das wird ein großes Problem ja es wird Spaß machen und ich bin bleib skeptisch ich weiß nicht und du bist so indifferent Halt die Klappe Ryuji wir sollten nicht so ein großes Tra-Ra machen in dieser Sache macht das nicht ihn nicht mehr vertraut als unser Leiter? hast du gehört? und für mich hoffe ich hoffe wir werden immer mehr und mehr bekannt Oh oh wir dürfen jetzt hier auch nicht mehr rumhängen oder? Um was gehts jetzt? Du moron! Leute, die sind die Aufmerksamkeit. Hallo da, kann ich mit dir für einen Moment sprechen? Ah, ja! Wie können wir dir helfen? Das monotonische Aktivistische, wird niemals schlafen, zu schlafen auf meine Haut. Was machst du hier alle? Sind Sie Freunde? Hinten die drei Leute, die da rumstehen, hä? Die dürfen herumhängen. Wir nicht, oder was? Was sehen Sie? Wir haben immer mit Gegenfragen. Antworten ist immer, macht sehr verdächtig. Wir wollten, äh, Tee. Wir sind Delinquents. Ich weiß nicht, was das gerade heißt. Delinquenten? Ich antworte mit einer Gegenfrage. Was sehen Sie? Was hast du gesagt? Ja. Das war ein Scherz! Er hat nicht viel Schmack in der Nacht. Okay, gut. Warte, sicher, dass du dich entspürst, bevor es zu früh ist, ok? Es gab einige wunderschöne Hände, und die Nachrichten über diesen Artikel haben ziemlich den Stör. Wir werden sich bemerken. Was? Hallo? Was wollten die denn von mir hören? Aber es ist noch ein Licht. Was? 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 Ja. Ah. Es wird gut. Es wird gut. Wir sind nur diejenigen, die uns beschäftigt. Ich glaube, du bist richtig. Was? 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 Her sind die Nein. Alles. Das stimmt. Ja, und vielleicht solltet ihr euch ein bisschen Zeit lassen. Alles klar. Ich glaube, es ist nur noch mehr Präppung. Yusuke Kitagawa. Makoto Makoto. Haben wir sie gesehen? Wir springen wieder in der Zeit. In die Zukunft. Wir haben noch nicht diesen großen Raub gemacht im Casino. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der dritte Raub sogar ist. Wir werden sehen. Oh, jetzt wieder zurück. Also, nachdem ich Shihou Suzui gemacht habe, hast du es wieder gemacht, für jemanden, den du gar nicht wussten? Du hast zweimal gezwungen, fast zu den Polizern verabschiedet. Und zwar wolltest du ihn trotzdem schützen. Ich glaube, dass du ihn verabschiedet hast. Außerdem hast du in einem Museum statt eines Kastels. Du wirst immer noch dieses Raub machen, um jemanden Herz zu verabschieden, indem sie ihre Schmerzen zu verabschieden. Es ist alles wahr. Oder nimm es so, wie du willst. Ich sag, es ist alles wahr. Es ist auch wahr. Sehr gut. Die Wahrheit hinter dieser Geschichte von dir wird klarer, wenn deine Schmerzen zu verabschieden sind. Jetzt dann, erzähl mir über diesen neuen Mitgliedern, der deine Gruppe hat. Was? Es ist kein Punkt, in sich zu verabschieden zu sein. Es wird nur deine Position verabschieden. Die Identität der Mataramese Menschen kann mit einer kleinen Untersuchung herausfinden werden. Geht direkt vor. Ich weiß nicht. Ja, dann sag ich, mach das doch einfach. Also, du wirst nicht deinen Akkommplisten ausbauen? Nein, natürlich nicht. Das machen wir ja nicht. Okay. Es gibt noch viel mehr, was ich hören möchte. Okay. Es war während dieser Zeit, dass die Phantom Thiebe wirklich popularisieren begonnen haben. Lies verabschieden die Internet. Dinge wie, der Phantom Thiebe hat mich auch geholfen, oder ich habe eine Telefonkarte. Für die Höhe, diese Lies haben die Kollektion von Intel fast zehnmal länger gedauert. Jetzt, dein nächstes Ziel war dieser Mann. Das nächste Ziel. Okay. Dann ist es doch nicht der Casino-Besitzer, sondern jemand anderes. Junior Kanoshiro. Junior Kanoshiro. Junior Kanoshiro. Er hat sich nicht mit den zwei vergangenen. Auch die Polizei hat sich zu verabschieden, ihn zu verabschieden. Er hat sich nicht mit ihm verabschieden. Also, genau wie hast du einen so gut geholfenen Kriminal? Sag mir. Okay. Die Geschichte. Über ihn. Summary of the story. Ja. Wurde abgedatet. Können wir nachlesen. Fein die Fein. Wir springen aber wieder zurück. Über. Ergange. Jetzt gibt es unsere Erdung. Aber die Leute spüdt von der Verkunftskirchen werden. Für die Verkunftskirchen werden wir mehreren. Die Grundsätzlichen Bewertung. Die Kammشira hatten erst einen Bewertung in den Schuischen Akademie, und jetzt Matarame. Ich habe ein paar Punkte des Zusatzes zwischen den beiden. Auch waren sie verabschieden Namen und vorherrte. Bevor die Bewertungen sind zur Bewertung selbst. Ich weiß, aber nicht die Bewertungen der Länen für die Verkunftsinstellen. Es stört sich vom Verkunftsporten. Vielmehr, die Polizei wird auf dich überstehen, wenn du in das hier steckst. Jetzt ist es Zeit, um sich zu beschäftigen, wie die Jurisdiktatur und die Ehreinheit zu beschäftigen. Wir müssen nachdenken und finden eine Korrelation zwischen den Behandlungen in den letzten zwei, drei Jahren herausfinden. Sehr gut, ich lasse es Ihnen. However, Sie müssen nicht das Interfere mit Ihren Ruhigen. Dankeschön, Herr. Was sagt der jetzt noch zum Abschluss? Der hat auch Dreck am Stecken. Und ich verstehe, dass diese abnormale Anzidenzen durch unsere Lande ein bisschen Angst haben. Diese Situation muss mit der Atmos-Serie. Entschuldigung, haben wir es dann bei dem Casino-Fall zu tun. Ich werde weiterentwickeln, damit jeder Bürger mit dem Frieden leben kann. Not only are there these phantom thieves to worry about, but if that is exposed... Hey! If I remember correctly, you transfer lines at Shibuya, right? I heard customers say it's gotten pretty dangerous over there. Don't let yourself be a target, got it? You have my gratitude. Have you my gratitude? You have my gratitude. What you are so polite for all of the silence. I truly am thankful for you for making me come to my senses. Yeah, du schuldest uns gar nichts. You are exagerating. Ja, du betreibst. I most certainly am not. I just express my gratitude earnestly. You are one of us now, man. We will count on you, okay? Of course. And if anything comes up, we won't hesitate to lend a hand. Thank you. Bis auf das Modeln, das werden wir vielleicht nicht machen. Well then, see you. Well, there... There's a lot of ups and downs. But we still pulled off our first job. Bisca joined the team too. So, let's continue reforming society like this. Burp, 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 burp. Ja, wir werden das jetzt noch nicht machen. Ich schau mal, wer uns geschrieben hat. The usual spot. Ach, der Typ. Okay. Ne, wir müssen das machen. Ja, erst mal das machen. Eine ganz andere Sache wollte ich auf jeden Fall noch angucken. Und zwar haben meine Personas... So, da haben wir die Personas. Wir haben Star, das heißt, okay, das wäre gut. Das Rank brauchen wir theoretisch nicht, aber den werde ich nicht austauschen. Das ist unser bester. Und wir haben halt nichts für die gute... Was ist die nochmal? Empress, glaube ich, ja. Herrscherin. Haben wir nicht da. Also nichts dabei. Können wir natürlich aber erwirtschaften. Ich meine, ich glaube, Hierophant theoretisch brauche ich den nicht. Aber theoretisch müsste ich den auch nur auf Level 13 bringen. mit etwas Glück könnten wir auch in die... Na, in die Dingens gehen. In die Momentos. So, Center Square. Street. Center Square Street. Ne, verdammt, nicht Center. Entschuldigung. Bisschen falsch gelaufen, alle. Wir gehen natürlich zu Station Square. Äh, rubbeln uns da ein. Und dann können wir auf das Request da eingehen. Von dem Herrn. Hi. Hi. So. Bye. Scratch away. So, wir rubbeln wieder mal. Oh man. Nichts. Rechts. Oh man. Okay. Und dann in der Mitte. Und wir haben nichts bekommen. So wie immer. Ich frage mich, ob es hier auch einen Zusammenhang gibt mit dem... Hund. Bis dahin, Entschuldigung. Mit dem Hund und dem Fuchs aus dem Teil davor. Aber... Uchiko. Ist der nochmal begegnet? Weiß ich nicht. So, jetzt können wir das mal machen. I've given a speech at the usual spot today. Are you free today? Do you think you could help out? I feel like my bond with Yoshida will grow stronger soon. You agreed to a deal with Yoshida. Be sure to accept his invitations until you gain his trust. Okay? Head over immediately. Oder war er San? Oh verdammt. Ich weiß es gar nicht. Und wir sind schon da. Ich muss den Settel finden. Passing on the society ills we have created to the next generation. Das ist nicht richtig. Wir haben scheinbar nur Probleme für die nächste Generation geschafft. Es dauert ihm Zeit, um dieses Problem zu lösen. Aber wir müssen beginnen, mit kleinen Veränderungen zu machen. Wir müssen klein anfangen, um große zu bewirken. Ich bin mir nicht sicher. Ich sag, ich möchte die Welt verändern. Das ist immer wichtig. Ambitious indeed. Mit ein bisschen übertrieben vielleicht. Ambitious indeed. Mit ein bisschen übertrieben vielleicht. Well, I'm sure you will iron out the details as you go along. May I ask you one more question? What kind of politician do you want to be? One with confidence? A popular one? I don't know yet. Ja, mit einem guten Selbstbewusstsein ist immer gut. Ich weiß es noch nicht. Oder ich will nicht beliebt sein. Ich will einfach. Mit Conviction. Mit Überzeugung und so weiter. Ja, es ist ein bisschen was da drin liegt. Allow me to give you some advice. Also, wir würden mir einen Ratschlag geben. If you aspire to get into politics, you must process a central philosophy. Also wir brauchen eine zentrale Philosophie. What is it that you want to accomplish? Was wollen wir erreichen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist die Grundlage einer großen Sprache. Du würdest gut daran erinnern. Ja, das war sehr hilfreich. Ich wusste das bereits. Was möchte ich erreichen? Was möchte ich erreichen? Ja, klar. Das ist hilfreich. Dankeschön. Ich bin glücklich. Meine Philosophie ist Never give up until your voice is heard. Ja, niemals aufgeben bis die Stimme gehört wird. To get your message across, be tenacious in conveying your thoughts to the audience. Have a firm point of view and communicate it clearly. Ja, man soll seinen Punkt klar machen und ihn gut und klar vermitteln. That's the first rule of negotiation. Das ist der erste Gesetz der Verhandlung. Haha. You have me reliving the fighting spirit I had when I first become a politician. You should have explained the basics of speech giving. I feel like my bone with him is growing deeper. Ja, wir haben unsere Beziehungs verbessert zu ihm. Ah, er ist doch son. Verdammt. Haben wir falsch gemacht. Du kannst mich nicht fragen für mehr Geld oder Sachen während der Recherung. Das ist sehr cool. Wir können jetzt nach mehr Zeug fragen. Das ist cool. Anti-Yoshida, Mann. Get out of here. No good Tara. No good Tara? They're alright. I'm no good. Ach quatsch. Ah, I apologize. We're done for the day. I feel like learning about the basics of negotiation has served to increase my charm. U3 sogar krass. Head turning. Yeah, approved. I shall ask you again another time. Thank you for all hard work. We see you next time. I see you next time. Nicht we see you next time. Naja, gut. 16% was he's gonna hit pretty criminals. Pointless. Justice is wrong. Yeah. Und wir haben den 6.6. 2000 irgendwas. Did you see news? Ah, that's a calling card from the Phantom Thieves, right? They... The way it's written seems pretty legit. Have they really stolen people's hearts? I can't believe the Phantom Thieves actually exists. Okay, wir haben uns quasi schon... So... Sind so weit, dass wir... Oh, sag mal! Hallo! Ich hab hier dieses T-Shirt an. The response to Madramas press conference was huge. Everyone's talking about calling card. Girls are checking me out today. Maybe they can't help but sense my overflowing Phantom Thieves charisma. Ja, natürlich haben sie das gesehen. Und wir sehen... Die Schuluniformen bestehen hauptsächlich aus so nem Polo. Oh shit! I'm finally starting to be popular with all the Flyhunt... Oh no. Was... was los? Irgendwas ist seltsam. Something strange. For real? Of course there is. My uniform man. My uniform. My uniform. We are supposed to switch to summer... To summer people from today. I knew people were looking at me. Oh god damn it. I gotta go home and change. So you go on ahead. Ja, super. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. The other thing is... I'm sorry. Holy shit! You are pale sh... Pale? Short sleeves are not for you. So not for you. So that's what's happening. Shut up geez! Anyway! Did you catch the news yesterday? Watching the famous artist cry his eyes out over all the artwork he has stolen. Tja, da brodelt die Gerüchteküche, wie wir das angestellt haben. Tja, uiuiui. Wie geht es um das Thema, was wir vorhin gesprochen haben? Ich habe noch nichts zu informieren. Nichts überhaupt? Wie viele Studenten gibt es da, die einen Lehrer zu beworben? Ich habe es bereits nachgedrückt. Ich kann einfach keine soliden Beweise bekommen. Du wusstest, nicht wahr? About Mr. Kamoshita sexually harassing students. Sir! Das Roof heißt das. Das Roof. Diese Untersuchung ist für eine justen Beweise, richtig? Ich glaube, ich verstehe, wie flustert es Sie machen muss. Ich bin sicher, es war wirklich schockend für Sie als Studenten-Präsidentin, dass ein Peer-Tempel-Scheid zu sehen. Ja. Wir müssen ein Schul-Environment geben, in dem alle Studenten sich zufrieden fühlen können. Das ist das größte Problem, das wir jetzt anzusehen müssen. So, das ist Ihre Grund, für diese Untersuchung über die Phantom Thieves von Hearts? Wir wissen sogar nicht, ob sie wirklich existieren. Warum bist du... Du hörst über den Fall mit dem Matarami-Feller, glaube ich? Sie sagten, dass es eine andere Beweise gibt, als das in Mr. Komashita-Kamashita-Kamashita-Kamashita ist. Ich empfehle, dass du deine Energie an die Aufgabe an der Hand betrachten kannst, nicht unnötige Fragen. Habt ihr die Matarames-Präschen-Konferenz gesehen? Das Bild an der Tafel ist so voll fies, ey. Du meinst den Mann, der alle so wie... Wie kann ich möglicherweise... ... entschuldigen, was ich getan habe? Äh... Die Leute sind auch voll die Arschlöcher, sowas zu sagen, ey. Der... ...nervzusammenbruch und die lachen darüber, oder... ...das ist echt nicht cool. Ich glaube, es waren wirklich die Phantom Thieves? Du weißt, das ganze Stealing-Your-Heart-Scheid? Das? Äh... Es gibt keinen Weg. Aber dann wieder... Es scheint zu verständlich, dass es einfach nur eine Coincidence sein wird. Ja! Okay. Wie geht's? Habt ihr unseren nächsten großen Target gefunden? Ich habe gerade angefangen zu schauen. Keine Chance, dass ich einen so schnell finden werde. Oh ja... Ich glaube, das ist wahr. Bei der Weise, ich habe auf der TV-Station entschieden. Was für euch zwei? Ich habe auf die... Was? Was? Hä? Ich verstehe auch nicht, was ich versuchte. Oh crap! Die Social-Studies-Trippe! Oh... Ich will nur eine Digit! Ach so... Ach das... Ich würde ja wirklich schauspielern, die gute... Ich würde ja wirklich schauspielern, die gute... Sorry... Oh ja... Nichts, wie ich habe etwas besser zu machen... Dann warten wir uns ein bisschen direkt aus. Und auch... Morgana ist da. Hecht also. Showing auf wird, wird der will die Lehrer nicht mal die Spiegel producto sein. Bevor ein Kind, ich komme zurück. TV, huh? Vielleicht muss ich einen Haut bekommen. Der Mann ist so ein Idiot. Ich hoffe, dass nichts passiert. So, ähm... Feels pretty great having everyone talk about it, huh? My drama is the only topic of conversation at my school. Ja, ist verständlich. Ehhhh... Moment. So, Entschuldigung. And as I am his pupil, most of my peers have chosen to ignore me. For real? That's bullshit. Are you gonna... Going to be okay? There's no need to worry. They had already been treating me differently from others as it stood. This is nothing new to me. Okay, then. More importantly, do we have any leads on our next mission? Are you kidding? And there's no way we would find a target that quick. So, momentous we go. Ja, das wollte ich sowieso machen. Great idea! I will keep myself free. Please, tell me, if anything comes up. Ja, mal gucken. Let's just lay low for a while. So, keep your head down, okay? Wir werden aber schon zu dem Momentous gehen auf jeden Fall. Hey, I found some great intel. This time, it's a bullying by a Kosai student they call a queen. It's bullying by a Kosai student they call a queen. She's been ordering around a male student who goes by the same M kind like the M in S&M. Sadomasu? Sadomasu? Was? That's horrible. I wish I was in his shoes. Does M stand for Mishima? She's been ordering around a male student who goes by the name M kind of like the M in S&M. Sadomasu heißt das eigentlich? Sadomasu? That's horrible. Is da ganz was schreckliches. It makes you want to cry, doesn't it? Anyway, here are the details. When the girl acting like a queen in Hikari, eh, is Hikari Shimizu. I wonder if it's more likely that a girl will turn out like that if she has S as an initial. Well, I already posted the warning so you should take it on when you have the time. Hopefully you don't end up and up and M though. Hey! What? What did he mean by S&M? Those are shirt sizes, right? Is the size of clothes? Anyway, it seems like he's a worthy, worthy target. She's, if I say he. Let's find him to con- Let's find time to consult the others at the hideout. Request. Sadism is just a sign of love. What are we doing here? What else have we done here? Yeah, no. Today we're going to go to the Momentos. Let's take a look. Let's take a look. Blackboard. Wow, this looks just like my drama. I guess everyone saw his press conference. I'll just add this.